Willkommen zu Mountain Blade Bananenlord, liebe Leute, es geht weiter. Wir sind in erfolgreichen Kriegen. Und ja, die ganze Zeit ja eigentlich schon. Ich kann ja nur vergessen. Also Burg Utzlein wird belagert und andere Konsorten. Jetzt warte ich gerade auf meine Gefährten. Und ich brauche Nahrung. Da gibt es bestimmt Fleisch, oder? Nee, Getreide, Butter. Achso, wie ein Kühe. Butter, ja. Butterlord. Bevor wir jetzt da helfen, gucken wir, was hier noch ist. Was wäre machbar für uns? So ist es nicht. 700. Wir sind aber schon am Kämpfen, deswegen gehen wir jetzt mal dazu. Ich will noch nicht, ich will noch nicht. Noch fünf. Das wäre toll. Warte ich auf die da? Ne, wir müssen ran. So, jetzt wird es aber nochmal. Ah, ich glaube nicht, dass das so spannend wird, weil ich glaube, wir haben bessere Einheiten. Okay. Ich glaube, wir machen Dalli Dalli. Und los geht's. vorwärts bis zu ne Endlichkeit. Gibt's schon nicht. Boah. Oha. Halt, halt, halt zurück. Genau, genau. Nicht zu... Ja, genau. Geht wir jetzt zurück. Yo, läuft. Ja. Ohohohohoho. Ich bin schreien, bevor ich gelacht habe, wie viele Pfeile da überall eingeschlagen sind. Projektile. Okay, und los geht's. Okay. Und los geht's Das müssen wir schnell der Infanterie helfen Das war's, wir haben gewonnen Ließer Freundchen Sehr schön Er ist tot Na Na Ja 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 Okay Das war's Wunderschön Uh Da ist mein Gefangener Davon 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 H pierre Ja, ich weiß Ich kann Gefangene verkaufen, aber ich bin reich Also spare ich mir die Arbeit Legendär, hier Guck mal Es macht mir 23 Körper, 18 Arme Lol Sieht das doch irgendwie besser aus, ne oder? Geil, jetzt sind mir legendäre Sachen Das hier abgefahren Die ist scheiße Kann ich das denn irgendwie nach Ty? Ich meine, wenn legendär Hier oben wäre, dann wäre es da oben Wisst ihr, was ich meine? Ne, okay Auch cool So, jetzt müssen wir Burg Udleim retten Gehen wir erstmal hier rein Ich wette, das schaffen wir jetzt nicht mehr Die gehen jetzt auch Burg Udleim retten Da fehlen die Angehörigen der Armee Das ist ja noch eine Armee Gehen wir erstmal mit hoch Ah, toll Gehen wir da kurz mit rein Ah, ne, es sind alle drin Und wieder eine Schlacht Mein Gott, Walter Und mein Command Ähm, okay Das sind Q-Side-Zwei bestimmt Nee Und die fliehen Die Narren Und ich sag mal Den Horse Archern Sergeants Und die reiten einfach davon Das gibt's doch nicht Voll die Frechheit Frechdachse Yo Ja Die ganzen Wolf Eggs Die landen aber alle hier vorne Alter Guckt euch das mal an Guckt euch das mal an Geodosis Schlachtung Geodosis Sehr gut Auch nur stehen bleiben Und los geht's Ich hab jetzt alle angreifen lassen Weil das dann jetzt hier auch vorbei Denk ich mal Jetzt kriegen sie nochmal Verstärkung gerade Oh Sehr schön, sehr schön Na Wir sind aber nicht auf Schild-Mode, ne Nee Okay, steig Meine Güte Wo sind die eigentlich überhaupt alle Lass mich doch einen töten Wie man süchtig ist Nach töten Und keiner lässt einen Sehr schön Okay, sehr gut Ist wieder noch irgendwo einer Ah, okay Der war ja irgendwo zwischen Aha So Da müsste ich den Gefangene umbringen Oder so Gut, gut, gut Herrschaftlich Meisterlich Maßgeschneidert Egal So So Und jetzt noch das da Speichern Dann müssen wir Dann müssen wir eigentlich alle Denen ihrer Armeen besiegt haben Drei Drei Vier Ich hab's vergessen Guten Helder Magenhelder Hast du Bauchschmerzen? Kauf dir jetzt Magenhelder Magenhelder Bauchschmerzentropfen Das Bauchschmerzenreine Tropfen Oh, ich bin voll, glaub ich Guck mal, jetzt sind wir schon 100 Jetzt sind wir wieder bei Ähm, ne Aber wenn wir jetzt den Krieg beenden würden Hätten wir eine Burg zu wenig Also Gehen wir jetzt Burg Die Äh, erst mal Burg Jetzt bin ich verwirrt Warte mal Jetzt machen wir erst mal Ja, das da müssen wir jetzt wiederholen Aber eigentlich müssen wir erst mal Wieder irgendwo warten Monims Armee Lüse Geld fürs Freilassen Was ist eine Popelskackarmee hier? Nein Oh, scheiße Boah, diese Dreckssäcke, ne Irgendwann so Leute wieder befreien Gerade weil der Wortgewandte Nehmen wir mal einfach eins Hier, legendär Eisenspatter Legendär Lol Ich muss nochmal schmieden Da bleibe ich gar keine andere Wahl Ja, ich bin tatsächlich überladen Müssen wir mal kurz mal verkaufen gehen Handeln Gut, die ganzen Gefangenen So Also Mir wird es Das ist schon krass Aber Gut, die gibt es wohl öfter legendär Klar Klar, weil man die gar nicht so lange benutzt Ne Können wir mal gucken, was die hier zu verkaufen haben Äh, Katafrakten Super-Duper-Rüstung Was auf, wen haben wir denn noch hier? Guck mal Guck mal, der könnte auch mal eine Neuerrüstung gebrauchen Sehen bald alle so aus Ah, guck mal hier Entschuldigung, wir haben was besseres So, dann Schild Und dann so ein legendäres Meisterliches Spatti-Sputti Und dann haben wir noch legendäre Wurfspieße Die ja natürlich immer wieder legendär nachgeladen werden Die sind ausgewogen Hä? Da war mehr als einer Die Frage, was Samt, Wein, Öl, Lein, Salz Kuh, Schwein Rohseide, Werkzeuge Schaf, Wolle Tausend Getreide Das ist gleich das Problem Oh So Et Yate Komm schon Müssen warten Vega Ich will sehen, kriegt jetzt bestimmt nicht Bannon mit weniger Obwohl, wir haben eine Burg ja von denen da oberen Stimmt Aber Resus muss heim ins Reich Oh Das ist noch eine Armee Äh Ärgerlich Aber die kann ja auch nur Müll sein Die werden mich doch nicht angreifen, oder? Die wollen mich angreifen Das ist kein gutes Zeichen Ne, die sind einfach weiterknitten Die wollen mich gar nicht angreifen Greif mich aber an, sobald ich hier belagere, wahrscheinlich 338 ist schon wieder drin Okay, siehst du, hier haben sie es jetzt geändert 16.000 Kohle am Tag Also ich speichere mal Ich versuche da mal auszuwürfeln Weil das ist ja nix hier Ist Pappela Papp Jo Ja, es geht doch Das nix doch mal Okay Oh, guck mal Dapansen Vielleicht waren die Lords alle Im Knast Deswegen hat nur Don Nukon Kaisis und was bekommen Gnade zeigen Meine So, jetzt können wir nochmal Frieden machen Burg Okay Da müssen wir hin Aber wir haben ziemlich viele Verwundete Vielleicht kommt jetzt nochmal das Friedensangebot Können sie den Burg ja auch verteidigen Aha Tada Sehr gut Jetzt können wir uns hier nochmal Guck mal, jetzt haben die auch Krieg Das ist sehr gut Dann warten wir Wo war der No Wir sehen uns Jetzt kann ihr Wir sehen uns Ich bin Verhebr acids Und Ich bin Ich bin vector Was Verhebr Ich bin Ich bin Deine Lieber Ich bin Ich bin Nee Ich bin 60 Ich bin Okay Ja gut, außer warten machen wir jetzt nichts Pass auf, jetzt schicke ich die erstmal wieder los Zum, äh, aufmunitionieren Los, geschwind One Eye Ähm Ich hab noch Markkab und Baltakant Ähm Ich glaube, die haben Ne, da steht Kultur Imperium Aber es ist total gemischt, ne Da haben sie irgendwas geändert Ich glaube, ich will, äh, bei Jakula nun gar nicht mehr einkaufen gehen Ich glaube, das wäre, äh, interessant Und wir könnten noch ein bisschen rekrutieren gehen unterwegs Mein Gott, Elsten Das ist aber auch ein Schmelzziegel der Kämpfe Ist das nur bei mir so oder auch bei euch so? Wenn ihr Benalot spielt, wo findet meistens irgendwie alles statt? Ne, bei mir ist ja irgendwie hier Hier Und, äh, eigentlich hier weniger Hier ist es eigentlich eher so, da hält man sich am Anfang auf Das sind keine Kriege Aber es ist schon hier und hier meines Erachtens am meisten los Weil es sind halt Ränder der Karte Oder Safe, wo man gut rumlaufen kann Äh, hier ist man dann auch manchmal Aber hier so gar nicht, ne Also hier der Bereich bis Zentrum Auch hier Sanopia Da halte ich mich auch super ungern auf hier in dem Gebiet Ne, wenn dann Rand So Eigentlich ja Ach, ich würde schon sagen, diese Hälfte Ja Das ist schon eher so Das Thema Aber irgendwas ist jetzt wieder ründer geworden, ne Ich glaube, die rekrutieren wieder mehr Oder cheaten oder Aha, noch eine Nachricht Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder da hin So Ja, was soll's Holen wir uns neue? Holen wir uns neue Dann müssen wir noch ein bisschen ausrüsten Warte, wir verkaufen mal alles An Sklaven Äh, Gefangenen Habe ich nichts, ne Ne So, ich hoffe, dass sich jetzt mal alle Parteien erholen Das wäre nämlich echt wichtig Fraktionen-Clans Entschuldigung Ich kann die jetzt mal wieder zu mir holen Jetzt sind die ja schon wieder recht aufgefrischt Dankeschön Wie auch immer da, äh, gefangen genommen wurde, weil 15.000, meine Güte Fadon We're just harmless Tra- Ach, welch sieges, äh, Tanz Sehr schön Okay Sehr schön Tja, äh Was soll ich sagen? Jetzt Jetzt würden wir einfach warten, bis wir wieder Krieg haben Äh, ich glaube, da kämpft einer Ne, doch nicht Das ist die Frage Also wenn wir Wahrscheinlich erstmal wieder Batania Dann holen wir uns Riviel Da Und das andere Dann haben wir die Halbinsel auch Dann ist das auch schon mal gestern Und beim Wenn wir wenigstens mal Krieg in das Imperium hätten Alleine Dann könnte ich von unten anfangen Sanopi, Aporus und so einzunehmen Dann wärst du ja auch schon mal weg Aber ich bin jetzt ein bisschen ängstlich Wie stark die eventuell alle sind Wir müssen mal gucken Also Ich werde jetzt die Zeit nutzen Ähm Leute zu benennen Ich glaube ein oder zwei haben ja Und äh Werde dort in die Städte vergeben Damit wir noch mehr Äh, Rekruten haben Für den Kampf Zum Verheizen Äh Und würde sagen Bis zur nächsten Folge, liebe Leute Ja Kann sein, dass die Folge was vorher endet Aber so ist das eben Ihr seid die Besten Bis dahin wie immer Haut rein Bis dahin wie immer 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 Bis dahin wie immer